Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Der Knilch, die Wurst Ja, äh, weiß ich nicht Kann ich, kann ich dir nicht mehr sagen, das ist, das habe ich verdrängt Na gut, okay, also sagen wir mal, der Berti Penner irgendwie, der Berti Penner hat dafür gesorgt irgendwie, kurzer Backflash hier nochmal Ähm, dass wir unseren Hund zurücklassen mussten Und ich nenne es mal vorsichtig, erstmal Hund zurücklassen Weil ich nicht weiß tatsächlich, was passiert ist Wir haben auf jeden Fall richtig noch eine Schraube locker irgendwie Wir haben noch ein Kriegstrauma irgendwie und dann haben wir auch, als wir aus dem Krieg wiederkamen Haben wir uns, haben wir höchstwahrscheinlich einen Jugendlichen erschossen Im Einsatz als Polizist Was jetzt auch nicht dafür ungefähr, also ungefähr dafür dazu geführt wird Dass wir jetzt irgendwie geistig Chinesen sind Also im Gegenteil, also wir haben auf jeden Fall so eine durchzuarbeiten Und wir sind jetzt quasi, wenn ich jetzt richtig achte, irgendwie in der vierten Zeitschlaufe jetzt hier angekommen Und zwar ist das Camp, zu dem wir immer alle Furznase wiedergekommen sind Jetzt komplett verrottet Na, am Anfang war es ja noch okay irgendwie Danach war es schon überwuchert Danach war es noch mehr überwuchert Und jetzt ist es Schon fast ja nicht mehr da So, hier haben wir wieder so einen So einen Knupel Oh, hola hola Oh, oh, oh So ein bisschen laggy Ja, aber auch bei mir Also ist das jetzt gerade generell Also ist das jetzt nicht nur bei dir, sondern Ich mache gerade das Spiel ein bisschen Oh Gott, was ist das denn noch? So ein Zettel Lesen Sitzung unnäsbar Stetiger Fortschritt Je mehr Zeit vergeht, desto aufgeschlossener scheint der Patient zu werden Das Zeichen hilft dabei, die Erinnerungen wiederherzustellen Ich konnte eine grobe Zeitlinie der Ereignisse anfertigen Kinder verlassen das Haus des Patienten und machen sich auf den Weg in den Wald Er findet ein verletztes Tier, das er an einer Pfade festsitzt Er fühlt sich zu der Störung hingezogen Ein Tier? Ah, ist das ein Mann? Eine wilde Bestie? Etwas passiert Das ist die unterdrückte Erinnerung Der Patient verlässt den Wald und wird von einem LKW-Fahrer gefunden Werde weiter daran arbeiten, mithilfe der Verhaltensmethoden Die unterdrückte Erinnerung wiederherzustellen Ich sollte mich mit Dr. Smith beraten, um herauszufinden Ob die Aggression ein Symptom der Angstneurose ist Hm, ja, okay Jetzt weiß ich, wo ich das mit dem Tier Also war doch auch mit dem Reh, ne? Was denn so Wo wir die Haut Ja, der Hirsch war ziemlich übel zerlegt, ja Oh Gott, ja, ja Ja, und wir haben jetzt natürlich auch nicht so viele Möglichkeiten, links und rechts zu gehen Sondern wir können eigentlich nur hier hochlaufen Ja Und die... Oieieieiei Ist aber wirklich... Bisschen lecky, bisschen lecky So, wir haben mal hier die schönen Stockmanikens hier Wie man sie klassisch kennt von Blair Witch Hänge überall rum Also man kann schon wirklich sagen, dass die Scheiße durch den Ventilator geflogen ist Oh, warte mal, hier haben wir noch was Hm, toll Ah, hier haben wir noch ein Tape Oh, man blaut Oh, der Junge Peter Shannon Carver, hieß er Oh, nee Komm, schnell lang, ne Ecke, oder wat? Hm, na, tolle Wurst Geht's jetzt hin? Oh, in den Keller Hm Okay Und da ist das Haus Oh, ich krieg richtig Gänsehaut gerade Oh, ich muss mal eins kurz nochmal wie in der Steuerung gucken Ja So, mit Hundepfeifen ist er jetzt nicht mehr Ach du Scheiße, das Haus Oh, nee Oh, müssen wir jetzt in den Keller? Ja, wir müssen ins Haus, das ist ja schon alleine erstmal das Schlimme Oh Gott Oh Mal's kurz So, mal kurz ein bisschen lauter gemacht hier Die knallen richtig schön laut höhere, wunderbar Ach, natürlich ist das auch nicht mehr auf der Scheiße Oh, nee Ich möchte jetzt überhaupt nicht hier sein Ähm, ähm Was? Wie ist es? Ach so Wir filmen es jetzt so gleichzeitig noch Ach, okay Oh no, der hinterlässt die Spuren, damit wir wissen, wo wir hin müssen Oh no Der hinterlässt die Spuren Jeder Hoteltester wird jetzt Hell aufspringen von Freude, wenn er das sieht Das sind so Spuren, die du nicht sehen willst Mit Schwarzlicht Oh, ich würde so hier nicht rennen wollen Ich würde so hier nicht rennen wollen Ja, Jojo schreibt auch schon Ein netter Zweitwohnsitz, den wir hier haben Ja, nö Ist Kassa der Kotze Irgendwie Also fürchterlich Ähm, ja klar Okay, cool Nein, ernst Ich habe gesagt, bald spielt das Haus verboten Oh Oh, scheiße Soll ich jetzt erstmal der Spur folgen Oder soll ich jetzt mal links und rechts gucken, Benny? Du, du bist der Spielende, der du entscheidest Wie bitte? Ich würde das Spiel ausmachen? Okay Okay Wir spielen Super Mario Kart? Okay, hier bin ich dabei Hier ist der Keller Aber warte mal Ich würde mich trotzdem nochmal umgucken Irgendwie nicht, dass wir jetzt hier Ach, du scheiße Ja, dann schau mal Ob wir noch was anderes finden Also ich dachte schon, der Wald wäre mies Aber das ist ja Das ist ja, das ist ja so richtig Nicht schön Ja, lesen Okay Letzte Sitzung mit den Patienten Er ist endlich gewillt Burkitts Wilde verlassen Oder Um es mit seinen eigenen Worten auszudrücken Er fühlt sich dazu in der Lage Sich weiterzuentwickeln Das freut mich Der Grund dafür ist allerdings nicht Was? Der Grund dafür allerdings nicht Achso Er wird sich für den Militärdienst melden Ich mache mir Sorgen über den Effekt Den dieses Umfeld auf eine sensible Psyche haben könnte Der Stress und die Traumata Die der Wehrdienst auslösen könnte Sind möglicherweise dazu in der Lage Sein Kindheitstrauma hinsichtlich des Waldes zu ersetzen Doch der Wald wird ihn niemals verlassen Egal wohin er geht Dies wird in seinem Verstand verankert sein Als die prägende Erfahrung Die ihn zu dem gemacht hat Was er heute ist Ja, also wir ist definitiv von uns die Rede, ne? Ja Also wir waren ja auch beim Beim Wehrdienst Wir haben ja schon die Flashbacks gesehen Im Irak, Fallujah Wo wir auch immer waren Und wie Und auch für den Verlust von unseren Männern verantwortlich sind Ach, shit Shit, shit, shit Soll ich mal hochgehen? Da kam ja ein Ball runter, ne? Kann man sich ja nochmal angucken Von wo der kam Meinst du? Ja, scheiße Oh, die Hände Oh, nee Oh, nee Die Pülle Oh, ist das scheiße Ich wäre sowas von dem Also ich wäre Oh Gott Ist Ne Ja, die Hosen werden die Strichen voll bei mir War? Da beißt jetzt mal die Maus gefahren ab Da bin ich ehrlich und sage Ich würde keinen Millimeter weiter gehen Ich würde da komplett raus gehen Ich würde selbst im Regen Einfach komplett blitzsch nass werden Egal ob ich hier trocken bin oder nicht Ich würde keine Also keine Minute in diesem Haus verbringen Aber es ist halt schon krass Wenn du halt weißt Dass der kleine Junge hier ist Irgendwie Und du hast die Chance ihn zu retten Und du musst halt wirklich nur über deine eigenen Über deinen eigenen Schatten Deine eigene Angst besiegen Ja, wenn ich Also wenn noch jemand bei mir wäre Vielleicht Damit man sich gegenseitig so Du bist alleine Du bist alleine Du hast keinen Unbein Kein Kumpel, kein Nichts Du bist alleine da No fucking way Also 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 Wer Hm Okay Also wir haben uns alles angeguckt Wir gehen jetzt In den scheiß Keller Locked Es gotta be a key somewhere Aha Aha Okay So, muss ich jetzt nochmal alles absuchen oder was Der Key ist jetzt gespawnt So, irgendwie auf dem Kamin sinds oder so Doch, tatsächlich ist das ja in dem Spiel so Achso Ja War das Ah nee Ah, ist der Büxenbärenfrau schon da Aber hat der denn hier irgendwie Äh Ein Hinweis hinterlassen Wo der Schlüssel zu finden wäre Ich habe jetzt das gleiche gelesen wie du Ich glaube nicht Irgendwie Also ich habe jetzt Gehen Hinweis daraus Wir sehen Irgendwie Sehen wir hier Und für eine Spur Genau Wenn ich immer Dieser Dass der irgendwie Spurenmäßig Über die Cam Das wir da was finden Weil da unten rechts ist Ach nee, da war wahrscheinlich das Notiz Äh, hier, der, die Genau Da war nämlich die Notiz gewesen Ja, nee, warte mal Was denn? Hier oben lag die Notiz? Ja Mit dem, äh Dass wir zum Militärdienst gehen Um das andere Trauma zu überwinden Um dafür das Mit einem neuen Trauma zu ersetzen Schön, 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 schön Gut, gut, gut Macht ja auch Sinn Weil oben habe ich jetzt nämlich nicht auf irgendwie die Cam geachtet Ob ich da jetzt irgendwo Da irgendwelche Spuren zu sehen sind Aber jetzt ist hier offen Ach schön Toi, 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 toi Hallo Oh, ich 100%ig ist jetzt hier gleich Ein richtig übrer Jumpscare bestimmt Ah, hier ist eine kleine Spermersprung Schön Toll Na, guck mal Da ist bestimmt Oh, wunderbar Ein schöner großer Schlüssel Hm, den nehmen wir Wie? Steck noch einfach einen, bitte Danke Wir müssen jetzt hier durch das Dunkel In den, die, die Schlüssel laufen hier Oh, und ich habe jetzt gedacht Dass, wenn du die Kamera wieder aufnimmst Da jetzt der, der, der Jumpscare des Todes kommt Das wäre fies Das wäre fies Oh Da wäre ja so dagegen So, aber ich glaube so weit Ich will nicht, das wird jetzt hier gleich passiert Wenn wir runterlaufen Also, da mach ich mir jetzt nicht vor, ne? Benny, dafür sollten wir gewappnet sein Jojo hat mich gerade auf eine schöne Idee gebracht Weil Jojo schreibt ja gerade hier so So eine Roomtour wäre schon nett Und da fällt mir irgendwie dieses MTV My Cribs ein Willkommen in meinem Cribs hier Zuhause bei mir, äh, in der Blair Witch Hexe Gucken wir uns jetzt den Keller an In der Blair Witch Hexe So, okay Ich würde mal sagen, wir schließen auf Peter Peter Are you there? Hello? Hello? Hey, ich dachte, wir sind im... Mal links, eben mal rechts Nö, eigentlich nicht, wa? Nee, eigentlich genau Aber wir wissen, wir übersehen auch gerne Sachen Irgendwie, oder das Spiel ist manchmal ein bisschen unfair Und sagt irgendwie, äh, nö Ich verstecke jetzt ein paar Sachen Okay Okay Hey Oh! Da ist ja ein Bär Oder sind wir nicht? Nee, nee, der steht still, der steht still Ah! Steht still! Der stand still Scheiße Oh, 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 alter Was war denn mit ihm nicht? In der Ordnung Oh, oh, oh Okay Oh Gott Oh Gott Oh Gott Wieso? Da hat sich doch einfach mal die Tür geschlossen Der blick einfach da liegen Oh ne! Möchtet ihr nicht sein? Ha! Macht doch nicht nichts an! Oh Gott! Oh Gott! Oh ne! Oh ne 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 ne! Hä? 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 Wo sind wir? Alter, was ist das denn für ein riesen scheiß Keller? Ich verstehe sowas nicht! Sind wir jetzt wieder, sind wir jetzt wieder, äh, zurück? Oder geht's jetzt da noch weiter runter? Äh, geht's noch weiter runter oder was? Hier ist noch ein Stück Keller oder was? Oh krass, oh! Die Offenbarung? Wie bitte? Achso krass, ne! Oder sollten wir dahin, wo die Tür zugegangen ist? Das... Obwohl, ne, da sind ja noch so ein paar... Linien. Das geht außen lang. Hier vorne lang. Wie, das geht hier vorne lang? Hierin. Hier ist die Spur. Okay. Der macht quasi jetzt hier... Hey! Alter! Hey! Ihr macht euch keine Vorstellung, wie schlimm sich das gerade einfühlt! Nein! Ja, schön! Ganz, ganz, schau! Was ist denn hier jetzt? Ist das ein Versteck? Ah, ein roter Tape. Damit können wir doch wieder das Dings hier machen, ne? Ja. Oh, hier hat ein paar schöne Stühle auf. Ja, wunderbar! Kann man machen? Macht viel für den Traum-Chi. Ja. Tja, dann würde ich mal sagen, machen wir das, bevor die Tür... Bevor die Wand einbricht, wa? Obwohl da die Tür fehlt. Aber wo ist denn der? Welche Tür soll denn das jetzt sein? Wieso? Ich dachte eigentlich eher das hier, wirst du? Bevor unten eine Wand einbricht, dass wir zu der Tür kommen? Ja, die... Achso, ich wollte gerade sagen, ich dachte, du hast das Loch gerade zugemacht. So, komplett gefangen drinnen. So, schön, schön. Nee, dafür müssen wir jetzt wieder hoch, glaube ich. Ach, guck mal, da ist die andere Tür, die er aufmacht. Die, die wir im Video danach gesehen haben. Verstehst du? Ich weiß noch nicht, ob wir da schon rein wollen. Sondern? Soll ich woanders hin? Ich weiß es nicht. Also, probier ruhig mal. Also, du dürftest die jetzt wahrscheinlich... Ich würde jetzt sagen, nicht öffnen können. Genau. Weil du musst nämlich das übers Video abspielen und soweit da stoppen, wo du... Nee, weiter, 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 genau. Da, wo sie jetzt nämlich aufgeht. So, und jetzt ist sie nämlich offen. Mhm. Ich wollte es ja eigentlich erstmal nur erklären. Ich hieß jetzt nicht, dass du da reingehen sollst. Du hast gesagt, Spule zurück, mach das. Peter. Peter? Peter, ich bin's. Oh, oh, oh Gott. Oh, okay. Oh, 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 oh. Das ist so schlimm. Ich hab grad so derbe Flashbacks, wie ich im Kino sitze. Wurde. Wurde, wurde, wurde. Oh, oh, oh. Hey, hört doch oft mit sowas. Und jetzt ein Fingerabdrücke. Oh, da haben sie aber eine schöne, klare Linie gezogen, da. Sehen. Oh. Oh, das ist so unantenehm, wirklich. Das ist so dermaßen unantenehm gerade. So. Okay. Nein. Oh. Ein Haus, was sich selbst repariert. Cool. Ach du Scheiße. Na, aber auch nur so halb. Ne? Nur so halb. Ey. Oh Gott. Oh, wäre doch ganz... Alter, wie groß ist denn das bitte? Ich habe jetzt schon total die Orientierung verloren. Das ist auch größer als von außen sichtbar. Okay, wir können mit der Cam nichts mehr machen. Das ist einfach... Hä? Ja, wir können aber... Es ist... Oh Gott. Hä? Was? Ist das draußen hell? Was ist das? Sofa-gange ich mir da? Okay? Ist das. Das ist doch keinbetter, Alice. Das ist doch nicht. Das ist doch nicht. Wastet. Okay. Komm her. Komm zu mir. Was denn, was denn, was denn, Mann? Alter, was ist denn los hier? Ja, du kannst aber schön lange warten, Fräulein. Hol mal die Kamera wieder raus. Okay. Hm? So, sag mal, mir ist nicht wohl. W-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w. Oh, Jumpscare kann ich nicht sehen. No happy ending. Okay. Okay. Ich hab alles versucht, aber für dich, ich Pain kein happy ending. You are for her, what? Okay. Du gehst zu ihr? Okay, verstehe. Steht da zumindest unten als Übersetzung drinnen. Ach, come on ey. Hey, wir haben ja sowas wie ein Handy. Hey, hey. Vielleicht kriegen wir noch eine Nachricht von Jessie oder so. So. Snap, Snap, Jazz. Es ist einfach zu viel. Ich kann nicht mehr. Ich werde dich nicht mit runterziehen. Was? Hat sie auch was damit zu tun? Wieder eine tolle Freundin, ey. Wie Stephanie bei Phobia, ey. Ich liebe dich nicht mehr. Okay. Oh Mann. Hör doch mal auf. Das ist echt heftig. Ich kann aber gar nicht reden. Ich bin total in Bann geschlagen hier, ey. Nee, ich bin doch super angespannt. Hm. War ja gerade eben noch offen. War ja gerade noch offen. War ja gerade noch offen. Oh, hier sieht es nicht so schön aus. Ich weiß nicht, wie viele Jahre es war. Vier. Kava sagt vier? Ich mag die Kwan. Warte, warte, warte. Oh, mach doch mal Film da mal ein bisschen. So. Und hier haben wir wieder. Und hier haben wir wieder. So ein Knilch. Wahrscheinlich ein Entwickler. Oh fuck. Oh fuck. Hat der Sheriff mit dem Typen gemeinsame Sache gemacht oder was ist los? Mit Kava? Töhn. Was er heard? Hat der Vogel? Hör auf. Was? Ein Klischziehen. Lösch. Ohh. Oh non, oh oh oh! Oh nein, oh nein, oh nein, oh oh 이런. Ei, au. Guck mal hier ganz kurz noch mal in den Schrank. Können wir uns auch einfach da drinnen verstecken? Und da so eine Weile bleiben? Tja, das ist eine gute Frage. Sheriff? Ich weiß nicht, soll ich... Ich sollte nicht anklicken. Yes! Bitte? Bitte, wat? Okay. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Wart ihr da? Ja, vorsichtig. Klar. Natürlich. Kann ich an die Frau stehen. Wat denn, wat denn, wat denn? Was denn? Oh Mann! Was? Don't look? Don't look. Deine nette Fragen. Wie stellst du dir deine Zukunft vor? Oh, verzeih net. What? Wenn du hinsiehst, bist du tot. What? Folge die sie... Oh! Okay. Sneaky! Also nicht hingucken, Stevie, ne? Weißt du Bescheid? Einfach so links dran vorbei. Nein, nicht hingucken. Ich will ihn angucken. Nein! Gut nicht! Geh dran vorbei! Meinst du? Ja! Also ich... Ich wurde... Nein! Aber ich will ihn ansehen. Warum? Du spielst gleich alleine weiter. Oh! Oh Gott! Oh Gott! Ja, jetzt ist es zu spät! Er hat dir gesagt... So, ich bin jetzt... Ich bin jetzt auf Herr Jungers und Jojo-Seite. Von wegen... Wie sieht's aus mit ne Runde Snake? Ja, das ist halt tatsächlich... Äh, äh, äh... Ich tu alle für Trump, ne. So, okay. Jetzt geh ich nicht hin. Warte und... Ah! Okay! Okay, er ist schon gestresst. Er ist schon richtig gestresst, der Kumpel hier. Mal, geh einfach nach unten oder so. Du knusst, oder? Was ist hier gerade was? Ja! Schön, schön! Schön, Benni! Schön! Wo geht denn der Weg weiter? Wenn der erzählt, folge dem Weg! Ach, da unten! Nach unten! Oh Gott! Sanitiert! Linien, folge diesem Weg! Mhm, 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 mhm! Oh, shit! Oh, shit! Oh, nee! Oh, nee! Oh, nee! Oh, nee! Oh, nee! Kannst du hier noch hochwarten? Also, der Wald war schon heftig, aber das Haus... Das Haus kickt's jetzt nochmal richtig! Das Haus, das nimmt mich jetzt gerade richtig auseinander! Oh Gott! Der steht da in der Ecke! Der steht da in der Ecke! Der steht da in der Ecke! Und ich muss hier durch! Ach so! Kannst du hier zurückspulen? War das hier das, wo das kaputt gegangen ist oder so? Mit dem Video? I don't know! Kann ich mir fast nicht vorstellen! Ich kann's nochmal probieren! Ich brauche mich, aber... Vielleicht! Nee, nicht das, sondern weiter hinten! Also, weiter vorne! Wo du drunter gekommen bist? Hm... Nope! Okay! Versuch was wert! Denn musst du dich ganz... Na, du musst ihn ja bloß nicht ansehen, ne? Zumindest so würde ich so fast... Wie ich's jetzt verstanden habe! Stimmt, ja! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Okay! Okay! Oh Gott! Huch! 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 Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Ey, der Junge lebt doch nie! Also... Ne... Er lebt doch nicht mehr! Schöner Teddy hier zum Spielen! Ist auch wichtig! Ist auch wichtig! Nicht umdrehen! Nicht umdrehen! Einfach weiterlaufen! Einfach weiterlaufen! Oh Gott! Hm... Hm... Okay, wo geht's jetzt denn? Hoch oder runter? Seh ich hier nur Treppenhäuser, Alter! Okay, es geht hoch! Hoch! We got a Bobbindprogress! We got a convenience store near Burkittsville Road! With those kids again? Yeah, probably! Wie? Wer war denn das gerade? Warte grad Peter? Das war Slenderman! Naaa... Dafür war zufrieden! Schlenderman! Der kleine Schlenderman! Ja, jetzt war's aber auch... Bisschen laggy! Ne, bisschen laggy! Für mich war das gerade so ne 360 Grad! Eeeho! Elvis! Was machst du hier? Ey, ist das fies! Ja, machst du aber gut! Du konntest aber die Kamera irgendwie ranzoomen! Ich weiß zwar nicht wie, aber du konntest das! Für dich! Genau! Okay! Und damit ist die Sache noch beschissener! Cool, cool, mach dein Ding, Junge! Hallo Jude! So ist einfacher, sagst du? Na so, so läuft das schneller! Irgendwie! Okay! Oh Gott! Aber so ist geiler! Da ist... Dammwild! Musste aufpassen! Langsam fahren! Damn! Waaah! 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 Oder Adam! Nicht Adam! Waaah! 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 Hm? Okay! Ne! Sollt das doch nicht! Sollten wir das jetzt doch nicht! Sollten wir das jetzt nicht an das an das Funke irritieren! Weiß ich nicht! Okay! Wer ist Adam? Vielleicht ist das Adam? Ist das? Wie? Mann, hör doch auf! Hör doch auf! Oh Gott! Ich versteh nichts mehr! Hä! Was? Schau dich mal den Policestern an wie der sich jedes Mal verändert hier an dem Auto! Blup! 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 Entfernt der sich? Waaah! Der Zähnliche, den wir erschossen haben! Ah! Der Zähnliche, den wir erschossen haben! Das ist ja fürchterlich! Channel 2 für den Sheriff! Schreibt der Chat! Achso! So, wenn der jetzt noch... Ich kann ihn ja nicht mehr umschalten, ne? Irgendwie! Kannste nicht? Ne, wisst jetzt nicht mehr wie! Äh, Pfeiltasten hoch, runter, eventuell so in dem Dreh oder so... Oh! Hopfala! Okay! Äh, nee! Tatsächlich nicht! Schade! Tja! Aber wäre ein guter Einwand gewesen! Der Junge! Vielen Dank! So, wo ist denn... Ella? Is that you? Mann, Alter! Ich möchte gerne antworten! Die Gegenden sind normal! Kann ich dir überhaupt antworten? Äh, äh, Mausrädchen drehen oder so? Ne. Okay. Oder... Okay. 1, 2, 3, 4... Ne! Oh, nicht! Tut mir leid! Warte! Hey! Are you there? Nope. Was? Ja, das ist halt... Der... Der... Der dreht jetzt hier komplett ab, irgendwie... Der hat hier eine Halluzination nach der anderen. Ach, das ist der Jugendliche, ne? Was ist alles passiert? So, dann schau doch mal rein. Kannst du das? Weiß ich nicht. Was ist... Was treibt der denn hier? Das ist... Das ist... Das ist... Das ist kein Signal! A local teenager, allegedly involved in a convenience store robbery, was shot by a police officer arriving at the scene. The suspect was transported to a nearby hospital in critical condition. Local authorities confirm that the suspect was unarmed. Un... Au... ... ... ... Geil. Schön. Wolfman. The Revenge. Schön. Okay. Erzählt uns jetzt das Haus quasi unsere ganze Geschichte. Geschichte? Ja, es ist ja tatsächlich so irgendwie, dass die Hexer dich ja Dinge sehen lässt, die nicht da sind. Und die Frage ist jetzt, wie viel ist jetzt halt wirklich traumatische Psychose von ihm irgendwie? Wie viel ist Blair Witch? Oh, Tageslicht. Tageslicht. Ach, guck mal hier. Überall diese schnitzen Dinger. Äh. Aber... Was sollen wir jetzt machen? Oh, ich höre mal so ein Püppekin hier. Immer detaillierter. Die Tür ist mir offen. Oh, hier kommt unser süßes Lass. Hey, ist es wahr, dass du deine schnitzen Gesicht in der Basis-Kranik-Kranik-Kranik-Kranik-Kranik-Kranik-Kranik-Kranik-Kranik? Ich bin gespannt. Links ist schon offen wird von Jojo geschrieben. Dein da. Oh, hier bin ich hier wieder. Okay. Oh, er steht in der Ecke. Oh, 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 oh. Oh, da sind die anderen. Okay, die drehen die alle weg von uns. Wow. Er kann diesen Mindfuck hier ja nicht in Worte fassen, weil die Kerle jetzt sehe. Alter. Alter. Mann. Oh. Okay, jetzt vermischt ich das wieder komplett mit dem Kriegstrauma. Alter, warum ist denn jetzt so scheißduster? Wo ist denn seine Taschenlampe? Die ist einfach weg. Nein, wer ist denn? Easy, Jungs, easy. Alter, alter. Ey. Nehmen wir jetzt wirklich jeden auseinander, den wir hier irgendwie, keine Ahnung, zuerst Ashley, ähm, äh, äh, wer ist denn Ashley? Wer ist denn Ashley? I don't know. Martin, grüß dich. Was? Alter Ragge. Moin. Ashley. Wer zur Hölle ist Ashley? Ist Ashley unsere Freundin? Nee. Ist er nicht. Jan ist unsere Freundin. Oliver. Wer ist Oliver? Vielleicht sind es unsere Kameraden, die, die im Krieg wegen uns gestorben sind. Keine Ahnung. Ach, die, wie wir weggeballert haben, na, Leute. Im Franty Fire. Ja, Alon, Alon. Ach, schön, schön. Okay. Na dann, äh, ab in den Keller. Ach, na, nee. What the fuck? Oh, Stieh. Zuhaub dir unheimlich. Zuhaub dir unheimlich. Hey. Bitte? Was? Zielstatus der ersten Untersuchungsberichtes. Unveränderte Zusammenfassung. Aufgrund von Fehlern bei der Aufklärung sind die feindlichen Streitkräfte auf die Position unserer Truppen. Wunderbar. Schöne Ding. Weißt du, worum ich... Unkompetent. Ach, mhm, schön. Das hätte ich eigentlich aber in Resident Evil 7, was du gespielt hast. Das, was Benni, äh, jetzt gerade sagt. Achtung. Plopp. Und jetzt auch mal den Link. Woa. Mh, schön, schön. Okay. Voll schau hier. Alter. So, was haben wir da? Show me the text. Ja, ich glaube, wir müssen ein bisschen herangehen. Ja. Aufmerksam geworden. Dadurch konnten... Kann man noch woanders anschauen? Nee. Aufmerksam geworden. Dadurch konnten sie einen Überraschungsangriff ausführen. Gefallene Kämpfer. Alan Palmer, Ashley Elwood, Resco Haywood, Oliver Marley, Silve Boys... Äh, Silvester Boys und Keith Forrest. Ja. Das waren tatsächlich jetzt alle nur Kumpels hier. Murder. So, das ist übrigens the real Super Mario hier. Nicht, nicht der in Rohren hüpfende Typ, sondern der durch Abwasser wartende. Bleib mal. So, komm. Oh, danke, Martin. Wie? Wer war denn das nun wieder? War das der aus der Mühle? Ja, war das dieser Drake? Nee, wie hieß er? Drake? Nee, wie hieß denn der? Der oder was? Na, der, wo... Der zersägt wurde. Ah. So, come on. Jetzt, wir ziehen's jetzt durch. Wir grennen jetzt hier durch. Du rennst jetzt genau. So schnell. Tu es. Was denn? So, kann ich hier abbrechen? Was hat er, was, was tut er da? Okay, wir haben irgendwas geflutet oder was? Was haben wir hier getan? Ja, warum nimmst du denn auch immer irgendwelche Knappe oder Hebel oder sonstiges? Tu es. Um. Und machst das auch noch. Was soll ich denn sonst tun? Na klar, push ich den Button. Ja, erstmal überlegen, was dieser Button überhaupt macht. Da habe ich gar keinen Einfluss drauf bekommen. Ach so, nee. Ist okay. Ist okay, ist okay. Ah, ha, 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 ha. Ah, hier haben wir noch. Wunderbar, mal zerstören bitte. Wunderbar. Möde Foto. Ja, wunderschön, schön, 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 schön. Daraufhin erstmal ne Brezel. Ach ja, er hier. Genau. Na, er ist da, äh, äh. Schön. 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 Haben wir die Maschine in Gang gesetzt und ihn deswegen getötet? Naja, das andere war ja ne Seemühle, ne, und die funktioniert nur mit Wasser. Und jetzt haben wir quasi ebenfalls, quasi den, 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 den Staudamm gelöst. Ne, und wie, damit das Wasser geflossen ist. Also, glaube ja. Ich glaube ja. Was ist das schön? Das ist unsere Schuld. Toll, 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 toll. Noch mehr Schuld, die wir tragen. Ja, ich wiederhole. Ach, hi, siehst du, das war das Ding aus dem Video hier. Gut, dass wir zurückgespult haben. Und ich wiederhole. Wie fucking groß ist dieses scheiß Haus, ey? Na, da kommen wir jetzt nicht. Ja, vielleicht musst du jetzt nochmal das Video nehmen und da, wo du jetzt stehst, quasi wieder zu, äh, weiterspulen. Genau, so. Jetzt ist es nämlich kaputt vor dir. Aber wir sind. Ja. Ob das jetzt so geil war. Ja, warte. Oh, okay. This is the way. So, okay, los, durch da. Oh, SMS. Klar, bei unserem super Empfang, den wir hier haben, kein Signal. Aber kriegen SMS. Mehr. Oder? Nee, nur noch nicht. Nee, Alter. Er ist hier. Dein Schatten. Nee. Dreh mich doch mal um. Hm? Okay. Dass du da auch nicht auch noch umdrehst. Beware, beware. The dragonborn come. Baby, vollkommen. Alter, lass doch gut sein. Lass doch gut sein, Mann. Ey, Stevie. Ich dachte, wir sind bald fertig. Verstehst du? Ja, ich bin fertig. Ich bin komplett fertig. Ich bin so richtig fertig. Ach, und wieder weggucken, ja. Und schleichen. Und dem Weg wieder folgen. Wunderbaaar. Okay, okay, okay. Shit, 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 shit. Komm, komm. Ich bin so angespannt, das ist ja schlimm. Du bist angespannt, Benni. Du bist angespannt. Nein, ich bin angespannt, obwohl du ja Spiele bist. So, ich hab die Spur verloren. So, ich hab die Spur verloren. Oh, komm. Jetzt ruft uns die Hexe. Oh, ich kann nichts mit dir. Oh, ich kann nichts mit dir sagen. Oh, fuck. Ja? Jetzt rastert er völlig aus. Jetzt ist vorbei. Das ist auch kein Wunder, wenn du so eine Stimme im Kopf hörst. Du gehörst zu mir? Du gehörst zu ihr? Hm. Oh, puh. So, könnt ihr mir hecheln? Wahrscheinlich ist hier wieder so ein Vieh. Ach, schön, hier ist unser Zimmer. Guck mal, da haben wir auch einen Gast. Guck mal, der kommt gerade um die Ecke. Der bewegt sich so, ja. Das ist schlecht. Guck ihn einfach nicht an. Sollst du ihn nicht angucken. Ich hab mich sehr unter Druck gesetzt. Alan Palmer. Wie, Alan Palmer? Ah, he? Ja. Vorhin engländer. Pom. Pom ist de Pom. Keith Forst. Keith. Sylvester Boys. Es gibt nur ein Sylvester. Roscoe Hayward. Sie sind alle tot. Weil ich mich. Oh Gott. Alter, die machen mich hier fertig mit dem Spiel. Wirklich. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. So. Okay, wir sind hier in dem Raum hier. Aber da waren wir doch vorhin schon. Ja, ja. Jetzt kriege ich wieder neue Beschnitte. Okay. Also das eine hat wahrscheinlich den Jugendlichen symbolisiert und das sind jetzt hier die Soldaten wahrscheinlich, oder? Oder die Kinder. Kann auch sein. Das ist vorhin knistert das jetzt hier so. Bestimmt, weil hier draußen irgendwo wieder hier jemand rumschleicht. Oder wir wieder in irgendeinem Flashback hängen. Hmm, eh wo ist es? Ich komme ja hier raus. Ich komme ja hier raus. Ah, 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 ah. Okay. Oh, da wird hier die Tür geöffnet. Als Mörder. Hmm. Ach, wunderbar. Wieder ein Tape oder was? Ne, ein Foto. Ein Foto haben wir. Was sehen wir hier drauf? Ein Clown? Eine Prostituierte, die mit Clowns tut? Ich weiß ja nicht. Keine Ahnung. Ach, ey. Also wer... Was ist, was ist hier? Wie? Bitte. Und die Kamera ist am Arsch. Das ist aber unsere Freundin, oder? Kameras kaputt. Wir sind richtig am Arsch. Und hier sind jetzt... Die Augen. Aber war das nicht gerade eben noch mit... Sie kann das nicht länger machen, und so? War das nicht, ähm... Diese Jessie, oder Jess, oder? Das war Jess, ja. Unsere Frau, Freundin. Hat die uns verletzt? Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Ich habe nichts. Ist das jetzt ein... Ja, klar. Ja, und der Ausgang ist weg. Oh. Kann ich hier durch? Ne, kann ich nicht durch. Okay. Vielleicht musst du dich in eine Ecke stellen. Oh, die Wände kommen immer näher. Oh, oh, nein, nein. Was? Alter, wann war das? Gibt ihr einfach mal diese Bild. Alter, das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Was spiel ich denn hier? Benni, was spiel ich denn hier? Du hast dir das Game gewünscht, Blair Witch zu joggen nochmal. Nee. Guck weg, guck weg. Wo ist er hin? Wo ist er hin? Er ist selber weggerannt, weil er Angst vor Licht... Licht weckt ihn auf. Ach, wunderschön. Jetzt. Soll ich ihn jetzt... Nein, nicht angucken. Nicht. Na, warte nu. Er weckt ihn auf, heißt, macht auf sich aufmerksam und findet er nicht geil. Licht. Ja, äh, äh, oh Gott. So würde ich es jetzt interpretieren. Wo müssen wir denn hin? Ach, da, wo er reinläuft? Ja, 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 genau. Da müssen wir hin. Ach so, okay. Er läuft hoch, ne? Läuft er? Wollte sagen, er ist die Treppe hochgesteinert. Ja, ich lege ihn. Na dann, geh doch mal hinterher. Aber ich glaube, wenn du ihm so nahkommst... Oh, da ist er schon wieder. Oh, da ist er schon wieder. Aber jetzt, jetzt ganz schnell, hinter ihm vorbei. Jetzt, bitte. Easy. Nicht easy. Ja, Wurzelpeter hat uns für die E-Macht. Scheiße. Ey, wenn der jetzt auch noch da lang spaziert. Ey, nee. Was? Er greift? Was hat er gesagt? Er greift an? Wie? Wo? Wie? Was? Bitte was? Vorsicht. Karrefol. Ich kriege jetzt die Flasche nicht auf, weil meine Hände so schwitzen. Und ich bin nicht... Ich spiele noch nicht mal. So, jetzt steht er erstmal da. Ganz entspannt. Ja. Das heißt, wenn ich ihn anleuchte, erst dann bewegt er sich? Ich weiß nicht, ob wir... Ich bin viel zu nah, irgendwie. Da regt doch wieder duft gleich. Kann ich jetzt die Taschen aber ausmachen? Nee, du kannst nur die ganze Kamera ausmachen, denn hast du aber gar keine Orientierung mehr. Uiuiuiuiuiui. Okay, okay, okay. Cool, 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 cool. Hast du noch hinbekommen? Ist doch, äh, Nietzsche. Naja, ist halt einfach Skills, verstehst du? Einfach, wenn du nicht auf Tasche hast, hast du nicht auf Tasche. Shut up. Siehste, Alice sagt schon, shut up. Ja, genau, ganz genau. Du bist ein Nichts. Ja, ist ja Juli. Ich hab's ja verstanden. Da hat man einmal so einen Hauch von Selbstwertgefühl. Ja, du kannst vergessen. Von allen Seiten, wo es da drömmert, ey. So, okay, weiter geht's hier. Wuh? Was? Wo? Oh. Okay. Oh, no. Oh, my head. Wie, 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 wie können wir ihn denn töten? Oh, der ist hinter dir, der ist, oder? Ist er hinter dir? Ja, ist er. Oh, das ist ja. Schön, 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 schön. Da kommen wir nicht hin. Scheiße. Schön, 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 schön. Oh, mein Gott. Oh, Gott, Gott, Gott. Das war gar nicht so schlecht. Da muss ich schauen, da muss ich erst mal gucken. Da muss ich erst mal gucken. Kann sich selbst nicht mehr im Spiegel ansehen, nicht wahr? Woher ist der denn? Wer bist du, Alice? Und deswegen ist der Spiegel auch so andurchgemalt hier so? Jetzt mal wirklich ohne Scheiß, um jetzt einfach mal den Stresspegel runterzukriegen. Ja. Cobra Masters! Yeah! Jetzt geht er hier los. Herzlich willkommen bei Benny und Steve bei der Nice... Oh! Sogar das neue Snake. Nice. Wir spielen heute Snake in Blair Witch. Blair Witch Snake. Wir gucken mal, wie weit der Stevie heute kommt, ne? Letztes Mal hatten wir ja, glaube ich, so um die acht Punkte oder so. Ach, Quatsch. Zwei, drei. Nee, du hattest schon. Ein paar hattest du schon. Oh, guck mal, jetzt hast du einfach aufgehört. Enough. So, der Puls ist wieder ein bisschen runter. Alle freuen sich auf Snake hier, siehste. Ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Ihr leidet genauso, oder? Obwohl sie jetzt auch, finde ich, die Haussequenz ein bisschen überreizen irgendwie. Ja? Ja? Ja. Ja. Und steckt denn jetzt schon wieder in den geschlossenen Raum? So. Also, ich weiß auch nicht mehr, was das alles noch... Was ist das denn? Aha. Rote Tape noch. Oh, nein, nein. Das sind wir. Äh, aber dann waren wir ja schon mal hier. Get in the corner. Don't look at her. Ernsthaft? Get in the corner. Don't look at her. Er dreht sich von alleine um, wo ihr merkt. Okay, er hat sich jetzt von alleine gerade umgedreht. In the corner. I'll be safe there. Vielleicht musst du ja gegensteuern. Oder konntest du nichts machen? Oder soll das einbrechen? Aber das ist schon... Der Tipp war schon da. Gegensteuern, ja? Ja, versuch mal. Wenn er sich... Versuch, dich umzudrehen. Nein, wir wollen aber den Gesicht nicht sehen. Glaub damit. Erkennt man, man muss wirklich... Oh, ich muss wirklich krass gegensteuern. Nein. Nein. Wir wollen dich nicht sehen. Ich muss hinsehen, Benni. Ich muss hinsehen. Ich muss hinsehen. Nein. Du nicht. Weg ist zu schwer. Jetzt müsstest du hinsehen, um zu gucken, ob sie weg ist. Okay. Okay. Eine Frise. Oh Gott. Heftig. Heftig, 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 Alter. Müssen wir jetzt gleich wieder uns irgendwo in die Ecke stellen? Ach, das bist ja nicht du, Benni. Nee, das bin nicht ich. Das bist du, Mann. Oh Gott. Oh Gott. Das wird ja immer besser. Warte mal. Du musst dich noch entwickeln. Ja, das hat nicht geholfen. Wir laufen überhaupt noch in die richtige Richtung. Hey, komm. Nicht den blassesten. Was ist denn jetzt los? Oh Gott. Oh Gott. Okay. Ach, du Scheiße. Oh Gott, oh Gott. Oh, ja, ja, ja. Okay, jetzt ist panische Durchrennen hier angesagt. Okay, wir können nicht lang. Wir können nicht... Wie, 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 kann es denn hier hin? Er kann ja nicht... Doch, nee, kann... Er kann nicht vorbei. Boah. Wer bist denn, du, Alter? Du bist du denn? Adam. Jetzt kommen unsere... Kommen jetzt unsere ganzen Dämonen? Scheiße, ey. Also jetzt, jetzt drehen die ja schön ab hier. Oh, okay. Also letztendlich ist das schon klar, okay, wir haben halt irgendwie unsere Leute im Krieg verloren und wir haben anscheinend ohnehin noch im Krieg irgendjemand die Tote, die wir töten sollten. Ja. Aber so ein bisschen... So ein bisschen vorwärts kommen müssen wir jetzt hier schon mal hier irgendwie so von der Info... Vom Infoflow. So, haben wir hier eine Moe rüber oder was? Was ist das? So ein bisschen vorwärts. Oh, der Mann lebt hier. Vielleicht für Jahre. Aha. Okay. Äh, nee. Äh, aber jetzt musst du die Figur aufnehmen. Jetzt können wir die Möhre nehmen. Do it. Was müssen wir damit machen? Müssen wir diese einfach jetzt verbrennen? Die Framedrops sind real. Ach, du musst jetzt die Figuren alle, äh, angucken oder was? Nee, okay, doch nicht. Und die sagen, oh... Ich will dich töten! Lol, jetzt können wir die Viecher kaputt machen, die uns die ganze Zeit jagen? Du magst das? Okay. Ich bin nicht mit dir fertig. Ich weiß nicht, war das richtig? Ich weiß nicht, kann mir nicht vorstellen, dass das ein Jude ist, was wir jetzt hier gerade tun. Also die, die, äh, Waldviecher schon, aber der eine da gerade? So wie den Soldaten? So wie den Soldaten? Jetzt sind wir quasi die... Die Blair Witch? Ich würde sagen, wir sind jetzt besessen. Okay, krass, 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 krass. Okay. Noch weiter runter. Okay, er kriegt sich wieder ein, oder was? Was? Können wir... Können wir den Jungen finden? Genau. Peter Parker? Peter, wo bist du? Nein. Nein. Alter, ich will gar nicht, ob du es dir als Kind eigentlich sperrt, ey. Oh Gott. Oh, nein, 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 nein. Oh, er muss erst einen Schlüssel finden. Warum? Er ist nicht hier. Was jetzt? Boah. Boah. So leicht, will er mich verarschen? So leicht? Ich bin hier für dich. Du kannst ihn schützen, und geh nach Hause zurück. Oh, Willis. Du hast nicht gemacht. Du hast das gemacht. Wo bist du, motherfucker? Schau dir dich! Ich werde dich mit meinen Händen töten. Und nach dem, was du getan hast, ich werde es Spaß machen. Scheiße! So bin ich. Komm schon. Die Schlüssel ist unter der Türe. Ich warte auf der anderen Seite. Er ist jetzt hinter dieser Tür? So würde ich ihn jetzt verstehen? Daraufhin nochmal eine kleine Dreh-Tiff. I have the power. Ich zieh jetzt durch, Alter. Zieht jetzt durch. Genau, erstmal. Cam nehmen. Ja, umsonst gepusht. Tür ist zu. Oder ist er hier drin? Vielleicht hast du Hast du irgendwo einen Schlüssel? Irgendwo einen Schlüssel? Er ist unter dem Stein, hat er gesagt. Oder unter dem Tisch. Weg. Oh! Und jetzt kannst du damit wahrscheinlich runter in den... Ne? In den Bunker, sag ich jetzt mal. Und da wird auf dich warten. Okay. Platsch. Ist aber ganz schön ungemütlich, um zu warten. Oh Gott. Oh, fieses Schattenspiel gerade. Ich seh nix. Da sind wir schon zu zweit. Und schon bin ich wieder in Faluncia. Ach, scheiße. Wir sind draußen. Okay, ich hab jetzt noch keinen Einfluss. Was? Was ist jetzt passiert? Ach, scheiße. Ach, scheiße. Ich bin wohnt. Ach, scheiße. Da ist er. Nein, 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 bitte, 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 bitte. Oh no. Jetzt sind die Augen. Oh no. Oh no. Oh no. Oh no. Oh my god. Oh my god. Oh no. 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 Oh no.